Das ist ein Film darüber, wie gut man an der Unifechter flirten kann. Und wie gut kann man denn jetzt hier flirten? Ähm... So mittel. Boah. Was ist das? Tinder geht hier nicht so richtig und am Wochenende sind sie oder so alle weg. Tinder muss man schon umkreisen, bisschen ausbreiten, dann funktioniert's. Flirten. Auch sehr gut, da musst du so in Welten wo wieder geil ist. Ah ja. Hier gibt's ein Strandbad, einen eigenen Beachclub, ein Kino, den Rasterdome, der heißt so, auch wenn man keine Rasters trägt, und die Bibel. Viel Platz also zum Flirten auf dem Campus oder außerhalb. Gut, zurzeit ist Flirten ja grundsätzlich etwas schwierig, wegen Abstand und so. Aber es gibt ja noch Stud.IP, das neue E-Learning-Portal. Alle elf Stunden, wie war das nochmal? Oh Gott. Bildungslücke. Läuft ja sowieso alles digital zurzeit. Und wenn es dann wieder analog geht, gibt es hier ein paar schöne Orte zum Flirten mit viel Grün und Pferden. Läuft ja sowieso nicht aus. Das war das viermal. Däuft ja sowieso nicht. rick ist ja sowieso nicht. Scheiße, sowieso nicht aus. Und wenn wir jetzt noch ein paar Jahre, die wir sind selber. Wir sind da nur noch nicht genug, denn die Leute haben zu reden. Und da gibt es doch mal wieder auf einen verlaten. Und da gibt es mehr ein paar Tage auf ein paar Jahre. Und da gibt es mal ein paar Jahre.